Hallo, hier ist Sandra von digitales infoprodukt.de. In diesem Video möchte ich dir diesen kostenlosen Online-Kurs vorstellen, das 7 Wochen Business von der Online Business Akademie, unter anderem mit Thomas Dallmann. Diesen Kurs bekommst du komplett kostenlos. Na, das ist doch schon mal eine Hausnummer, oder? Melde dich einfach an, es kostet dich nicht einen Cent. Wir sind hier auf der Landingpage das 7 Wochen Business. Es geht in diesem Online-Kurs darum, wie du in sieben Wochen ohne Vorwissen und Startkapital dein eigenes Online-Business mit digitalen Produkten startest. Solltest du in meine anderen Videos schon mal reingeschaut haben, hast du vielleicht festgestellt, dass ich schon zwei andere Kurse von Thomas Dallmann vorgestellt habe. Auch er steckt hier dahinter, natürlich. Deswegen kann ich dir sagen, dieser Kurs hat Hand und Fuß, auch wenn er kostenlos ist. Es geht hier darum, wie es schon sagt, dein eigenes Online-Business aufzubauen. In dem Fall mit eigenen digitalen Produkten. Natürlich gibt es noch die Abzweigung zu sagen, du willst lieber Affiliate-Marketing haben. Auch das wird mit angerissen in diesem Thema. Eine Grundvoraussetzung ist, du solltest pro Woche drei bis vier Stunden in dein Business investieren können. Einfach um das Ganze umzusetzen, weil wenn du nichts machst, wird halt nichts logischerweise. Und also ein, naja, Nachteil kann man vielleicht so auch nicht sagen, aber wird jede Woche quasi eine Lektion freigeschalten. Das heißt, die Lektionen bauen aufeinander auf. Und somit hast du nach sieben Wochen dein erstes eigenes Produkt. Eine spannende Sache ist natürlich, dass du diesen Online-Kurs, diesen kostenlosen, komplett auch auf deinem Handy anschauen kannst. In einer App, die du kostenlos runterladen kannst. Egal, ob du online bist oder nicht. Also total spannende Sache. Das gilt übrigens auch für die anderen Kurse von Thomas Dahlmann. Wenn ich jetzt hier einmal unten draufklicke, auf jetzt starten, wirst du sehen, dass wir zu Digistore weitergeleitet werden. Aber keine Angst, die Online-Business-Akademie ist wirklich komplett kostenlos. Du siehst hier Summe 0. Es kommen keine versteckten Kosten oder irgendwas auf dich zu. Es bleibt bei den 0 Euro. So, jetzt bin ich hier im Dashboard. Ich habe diese drei Kurse und wir wollen uns das Sieben-Wochen-Business anschauen. So wie du siehst, ich bin jetzt bei Woche 3. Gehen wir einmal in den Überblick. Siehst du, was dich hier erwarten wird? Und zwar die Geschäftsidee. Es geht darum, wie du deine Geschäftsidee findest. Was passt denn überhaupt zu dir? Willst du ein E-Book? Willst du einen Online-Kurs oder vielleicht doch eher Affiliate Marketing? Das wird hier einmal kurz oder auch länger mit dir durchgegangen. Kleiner Tipp, es gibt hier immer wieder tolle Podcasts, die hier verlinkt sind, die einfach total spannend sind und die ich dir wirklich empfehle, anzuhören. Also, die sind richtig gut. So, dann geht es natürlich daran, deine eigene Webseite zu erstellen. Auch das wird dir Schritt für Schritt erklärt. Inhalte erstellen für deine Webseite und dann in Woche 4 geht es schon los, dein eigenes erstes Produkt zu erstellen, mit dem du auch Geld verdienen kannst. Das heißt, rein theoretisch bist du nach vier Wochen in der Lage, deine ersten Einnahmen zu generieren. Ist doch mal eine Nummer, oder? So, in der Woche 5 geht es nochmal ums Verkaufen. Wie du dann deine Conversion optimierst und so weiter, wird dir hier erklärt. Das Marketing, total wichtiges Ding, weil nur, weil du ein Produkt veröffentlicht hast, heißt das nie das ist, dass irgendwie jemand mitbekommt. Das heißt, du musst Marketing betreiben. Wird dir aber auch hier erklärt und dann geht es nochmal in das Rechtliche rein. Nützt nichts, ist stinkelangweilig, ich weiß, aber gehört nun mal leider zum Business dazu. Ja, viel mehr gibt es hier zu diesem Kurs gar nichts zu sagen. Auch hier nochmal ganz wichtig, Umsatz kommt von Umsätzen. Ohne dem wird das nichts. Da kannst du dir sieben Wochen lang die Videos angucken und sagen, das ist alles total cool und dann wird nichts. Also wäre totaler Quatsch. Deswegen mache, was dir hier erklärt wird. Hier geht es nochmal kurz um die Idee. Du kannst dir das Video ja immer so oft anschauen, wie du willst. Auch hier siehst du wieder Podcasts verlinkt. Genau, das ist soviel zu diesem Thema. Der Kurs ist absolut kostenlos, haben wir hier bei DiggiStore gesehen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Klick dich rein, nimm den Kurs mit und dann setzt dein eigenes Produkt um. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Deine Sandra. Ciao.